Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. So, ich habe glaube ich euch das letzte Mal gesagt, wir fangen heute mit Hash-Funktionen an, dem ist nicht so. Mir ist nämlich auch gefallen, wir haben noch überhaupt nicht DES, AES und so weiter angeguckt. Das kommt natürlich alles und dazu braucht man keine Hash-Funktion, jedenfalls nicht unbedingt. Und deswegen fangen wir heute sozusagen mit dem DES, dem Data Encryption Standard an. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, hey, what the fuck, in der Überschrift steht Feistel Netzwerke, was soll denn das jetzt sein? Ein DES oder der DES beruht sozusagen auf dem Feistel Netzwerk und ja, das ist sozusagen das, was wir innen drin haben. Wir haben uns schon ein paar Mal jetzt diese Sachen hier angeguckt, nein, haben wir nicht. Das hier haben wir uns angeguckt, zum Beispiel diese verschiedenen Modi hier, also Counter-Mode und so weiter, Output-Feedback-Mode, haben wir uns angeguckt, wie man das Ganze jetzt so aneinanderketten kann. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, verschiedene verschlüsselte Blöcke hintereinander zu hängen. Und der DES ist sozusagen dieses F hier in der Mitte. Also da packen wir jetzt den DES rein und sind danach glücklich, weil wir einfach alles, beliebige Länge und so weiter und so fort, verschlüsseln können, ohne dass wir irgendwie Probleme haben und dann auch wirklich absolut sicher dabei sind, dass das Ganze auch passt. So, der DES, ganz kurz noch, ist nicht perfekt sicher. Ja, also zumindest sollte er nicht als sicher gelten, aber dazu werden wir im nächsten Video kommen. Jetzt machen wir erstmal die Feistel Netzwerke und schauen uns an, wie die funktionieren. Also diese Funktion F in der Mitte, dieses Feistel Netzwerk, weiß gar nicht, ob daher dieser Name F kommt, der ist, das Ganze ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es eigentlich jetzt aussieht. Ich fange hier einfach mal an zu zeichnen und zwar, das hier oben, das, was ich jetzt gezeichnet habe, das ist unser Input. Und irgendwie hat sich hier einiges geändert seit dem letzten Update. Ich komme gerade gar nicht klar. Naja, auf jeden Fall haben wir den Eingang hier und diesen Eingang wollen wir teilen. Wir wollen jetzt nicht beides gleichzeitig verwerten, sondern wir wollen hier sagen, okay, wir schneiden den in der Mitte durch, das hier nennen wir den linken Teil und das hier nennen wir den rechten Teil. Ist ja links und rechts, das passt dann soweit. So, und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir nehmen uns den linken Teil hier, äh, fangen wir mit dem rechten Teil an. Wir nehmen uns den rechten Teil, das ist, glaube ich, einfacher, wenn wir das so rummachen, und schieben den in eine Funktion rein. So, diese Funktion, ja, schon wieder eine neue Funktion, mit der werden wir auch noch arbeiten. Ich glaube, da nehme ich auch mal so eine Ellipse hier. Diese Funktion hier nennen wir jetzt einfach mal klein f, ähm, 1. So, und dieses f1, das werden wir nachher, oder wahrscheinlich im nächsten Video dann bereden, was das hier soll. Und das können wir uns so vorstellen, da packen wir einfach was rein und es kommt am Ende irgendwas anderes raus bei. Also, der rechte Teil wird da reingesteckt und dann kommt er hier auf den linken Teil drauf und wir, die beiden X-Ohren, wir dann zusammen. Okay, also packen wir hier noch so ein kleines Bobbel rein und sagen hier X-Ohr dazu. So, und das, was wir hier jetzt haben, dieses X-Ohr, das benutzen wir wieder und das wird dann sozusagen unser nächster Teil, also unser nächster rechter Teil. Also, aus dem linken Teil haben wir was drauf, X-Ohrt irgendwas durch diese Funktion hier haben wir irgendwas bekommen und das benutzen wir jetzt als rechten Teil. Und das, was wir vorher als linken Teil hatten, upsala, da nehmen wir nachher einfach mal zwei Pfeile, das ist nämlich nicht ganz so schön. So, das, was wir hier haben, diesen rechten Teil, den nehmen wir als neuen linken Teil. So, und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, hä, was, sieht mega kompliziert aus, ist aber eigentlich voll easy. Wir haben jetzt hier ein einründiges oder einrunde Feistel-Netzwerk sozusagen. Und das, was hier unten rauskommt, ist sozusagen unsere Ausgabe. Jetzt kann man die Dinger kombinieren und mehrere Runden davon machen. Das heißt, aus diesem LR-Teil, links, rechts Teil, wird nachher irgendein neuer Teil, also der rechte Teil hier ist nachher was komplett komisches und das, was rechts war, steht nachher links. So, und wenn wir jetzt die nächste Runde uns angucken, dann kopieren wir uns einfach demonstrativ diesen Teil von hier oben und schieben den hier unten dran. So, und jetzt könnt ihr vielleicht was erkennen, denn am Anfang hatten wir den linken Teil und haben hier mit irgendwas gemacht. Ihr wisst, durch XOR mit was komplett Zufälligen, weil hier wissen wir ja nicht, was rauskommt, das ist ja komplett Zufällig hier. Also XOR mit irgendwas komplett Zufälligen bringt, wie beim One-Time-Pad, bringt das was komplett Zufälliges raus. Das heißt, das, was jetzt am Ende rechts steht, kommt aus diesem linken Teil und ist nachher komplett Zufällig. Da kriegen wir nichts mehr raus. So, und der linke Teil, der neue linke Teil, ist derselbe rechte Teil. Damit haben wir nichts gemacht. Das heißt, nach einer Runde ist dieses Ding hier definitiv nicht sicher. Aber was wir jetzt machen müssen, wir nehmen uns einfach diesen alten rechten, neuen linken Teil hier und machen mit dem genau das, was wir vorher schon gemacht haben, mit dem echten linken Teil. Und nehmen den alten, äh, den, den, den Teil hier, also den rechten Teil und schieben den einfach wieder nach links. Und das machen wir einfach ein paar Mal. Das hier, was wir jetzt hier haben, ist ein Zwei-Runden-Feistel-Netzwerk. Hier muss übrigens noch eine Zwei hin. So, ähm, also zwei Runden von diesem Feistel-Netzwerk, was wir jetzt hier gemacht haben. Und, ähm, damit kriegt man schon mal recht gut was hin. Allerdings ist das jetzt immer noch nicht sicher. In der Praxis macht man, also zum Beispiel beim DES werden 16 Runden davon gemacht. Das heißt, 16 Mal geht dieses, was links war, durch dieses X-Ohr durch und dann kommt hier wieder was rechts bei raus. So funktioniert ein Feistel-Netzwerk. Und was diese F-Dinger hier in der Mitte sind, das ist gar nicht so schwer. Und das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ihr habt soweit verstanden, was ein Feistel-Netzwerk ist. Ja, brauchen wir nämlich für den DES. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.